Guten Tag Der Beat Schneider hat mich gestern angerufen und mir gesagt, dass ich den Preis bekomme Nicht den Peter Liechti-Preis, über den ich mich auch sehr gefreut hätte, der den Namen dieses großartigen Regisseurs trägt sondern den anderen Preis und ich freue mich wirklich sehr Ich möchte mich bedanken Vielen Dank Es ist mir eine Ehre Ich habe gesehen, welches Programm der Beat Schneider und die Nicole Reinhardt, die das Festival gegründet haben jetzt schon vor neun Jahren machen, auch wohin sich das Festival bewegt hat in dieser Zeit und ich bin voller Bewunderung dafür, es ist großartig und ich weiß, welche Arbeit dahinter steckt und welches Engagement nötig ist, um diese Filme zu zeigen und jemand wie ich ist abhängig davon, dass diese Arbeit passiert und gemacht wird und ja, ich freue mich sehr Ich habe mich schon sehr gefreut, dass der Film da überhaupt gelaufen ist in dieser Auswahl, die ja nicht groß ist und dass er jetzt sogar den Preis gewinnt, ist wirklich toll Der Film hatte ja sehr wenig Geld und wenig Interesse in der Finanzierung Aber als wir angefangen haben zu arbeiten, ist alles sehr, sehr gut gegangen Wir hatten sehr viel Glück und es war eine glückliche Zeit, die wir miteinander verbracht haben Ich habe zum ersten Mal mit Ivan Markovic gearbeitet, der noch sehr jung ist, der die Kamera gemacht hat und Rainer Blaschke, nee, das Set-Design gemacht hat Es gab aber ebenso viele, die schon sehr lange in meinem Team sind und das war eine tolle Zusammensetzung Es war eine sehr glückliche Arbeit dadurch und umso mehr freue ich mich natürlich über den Preis und sehr besonders war es ja, mit Maren Eggert die ja kommen konnte nach Basel worüber ich mich sehr gefreut habe Wir arbeiten ja schon seit 2004 zusammen und das ist der dritte Film oder vierte sogar auf jeden Fall der vierte Film auf jeden Fall, ja war es eine Zusammenarbeit, die jetzt so leicht geworden ist Ich habe ihr den Text gegeben und ihr überlassen ganz was sie machen wollte und es war eine Arbeit voller Vertrauen Es war toll Ja, ich wäre wirklich gern gekommen Ich hätte gern das Programm gesehen Ich wäre einfach gern in Basel ins Kino gegangen und hätte mir angeschaut was der Beat und die Nicole ausgesucht haben und natürlich wäre ich auch gern da gewesen für die Gespräche und ich wäre auch gern in den Rhein gesprungen Ich erinnere mich Ich war erst einmal in Basel und das ist Jahrzehnte hier Ich erinnere mich, dass es sehr toll war in den Rhein zu springen Also vielen Dank und einen schönen Abend Ich habe einen schönen Tag und ich finde, dass ich mich sehr ganz schön ich bin und ich bin Ich habe